Car Styling Center Schöttl, ein Spezialist für Car Styling aller Bauarten und Marken. Autoästheten und Freaks kommen seit Mai 2005 im steirischen Furt auf ihre Kosten. Gekonnt verpassen Klaus Schöttl und sein Team jedem Auto eine individuelle Note. Dabei kommt der gute alte Käfer genauso auf die Hebebühne wie der Golf bis hin zur E-Klasse. Ob Fahrwerke, Stoßstangen, Auspuffanlagen, Beleuchtungskörper, Car- und Scheibenfolien. Die Spezialwerkstätte ist Heimat sämtlicher Car Styling Visionen. Besonders bekannt ist das junge Unternehmen für sein außergewöhnlich breites Sortiment an Felgen. Chromfelgen von sportlich bis elegant, Autoliebhaberherz, was willst du mehr? Auch in allen Fragen zur Utypisierung ist das Car Styling Center ein sachkundiger Ansprechpartner. Neben dem handwerklichen Können überzeugt das Unternehmen über ein breites Know-how in allen Produkt- und Marktfragen. Und das sind nicht die einzigen Gründe, weshalb man sich von Klaus Schöttl und seinem Team bestens beraten fühlt.